Die Austria nimmt hier beim Abschlusstraining in Kroatien ihr erstes großes Saisonziel ins Visier. Wie im Vorjahr wollen die Wiener den Sprung in die Europa League schaffen. Im Playoff um den Einzug in die finanziell lukrative Gruppenphase wartet Enka Osijek. Vor dem Hinspiel bei den Kroaten am Donnerstagabend sollten die Austria jedoch gewarnt sein. Denn die Kroaten werfen bereits Luzern und den PSV Eindhoven aus dem Bewerb. In den bisherigen elf Pflichtspielen dieser Saison muss der Klub aus der Region Slavonien im Osten Kroatiens nur eine Niederlage hinnehmen. Die Austria hingegen muss mit ihrer Form kämpfen. Der Abgang von Peter Filippovic einen Tag vor der Partie ist ebenfalls suboptimal. Trotzdem geht die Austria vor dem Abflug in Wien mit Zuversicht an die Sache heran. Für den Austria-Trainer Thorsten Fink liegt die Chance für einen Sieg am Abend bei 50 zu 50. Erwarten wird die Austria jedenfalls ein volles Haus. 15.000 Karten werden für die Partie in der Mehrzweck-Arena von Osijek aufgelegt. Der kroatische Gegner geht davon aus, dass die Begegnung ausverkauft sein wird. Auch aus Wien werden rund 500 Fans erwartet, wenn der Anpfiff in Kroatien erklingen wird.